Das bin ich, Alessandro di Cagliostro, Arzt, Heiler, Alchemist, Goldmacher, ein Menschenfreund. Anscheinend bewege ich die Gemüter von Herrschern und Regennten. King George III. begehrte mich zu sehen. Auf meinen Reisen lerne ich wichtige und bedeutende Persönlichkeiten kennen. Zum Beispiel Prinz Friedrich August, von Großbritannien und Irland, Herzog von York und Albany, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und britischer Feldmarschall. Ja, wo ist denn jetzt der italienische Wunderheiler? Verhaftet Cagliostro. Haftbefehl für Großbritannien, Irland, York, Braunschweig und Lüneburg. Haftbefehl für Großbritannien, Irland, Großbritannien und Lüneburg. Lorenza. Lorenza. Kutscha, fahr zu! Sie ist gerade etwas verstehend. Meine Gemahlin reist nicht gerne und unsere Aufbrüche empfindet sie manchmal etwas überraschend.